Und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer AP mit dabei Misakishan, grüß dich, huu, huu, und äh, ja, wir sind, äh, im Land der Insekten und sollen jetzt der Hauptquest folgen, zweites Gerücht und sollen jemand befreien, dafür sollen wir Wachen kloppen, die einen Schlüssel haben und, äh, oh, ich muss die Dinger hier noch looten, hier die Fahngedönsdinger. Ah, okay, dann machen wir eben. Wird dann auch gleich sehr lustig, weil unser NPC, in dem wir befreien müssen, neben einem legendären Bossgegner steht und, äh, ja, wo sind die, die waren doch eben hier, die Wachen. Oder kommt da, ah ne, da vorne kommen sie, okay. Äh, gut, ich hoffe, der trock den Schlüssel für beide, vielleicht. Machen wir so platt. Und? Ja, Gefängnissschlüssel. Okay, dann machen wir jetzt das, was wir eigentlich nicht machen wollen. Ich hoffe nicht, dass da jetzt ein ellenlanger Quest-Dialog kommt. Da siehst du schon den legendären Kristall heißt er, oder? Ne. Oh Gott, der ist zu uns gedreht. Was? Ganz haft. Ganz haft. Ja, mit dem wollen wir keinen, ich geh hin. Misaki, ich sterbe für dich. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Schnell, schnell, öffne, öffne. Lauf! Ich kann nicht. Lauf! Ich konnte nichts machen. Lauf, lauf, lauf. Wir müssen nochmal mit dem, wir müssen nochmal mit dem reden, ne? Oh je. Ja, okay. Dann, äh, ja, lass mal weiter, der läuft lang hinterher. Oh Gott. Versuche ich da oben nochmal die Fahne mitzunehmen. Das ist ein Hin und Her. Ja gut, noch einmal mit ihm reden und dann haben wir's. Ja, ich muss ihn noch befreien. Ich muss selber auch noch den Käfig öffnen. Auch noch? Ja. Ach. Da steht für Freie Koronien. Oh, da kommt er. Oh. Oh. Da kann man aber weit weg laufen. Was hat denn der bitte für einen Radius? Beim Gucken, er ist auf mich aggro. Alles ist auf mich aggro. Er kommt immer näher, er kommt immer näher. Oh nee, da ist das Portal. Nee, er dreht ab. Okay, dann geh ich mal eben und rät schon mal mit dem Questgeber. Natürlich freut mich. Bei mir müsste er ja jetzt draußen stehen und bei dir müsste er ja theoretisch noch am Käfig sein, ne? Genau. Mal sehen, wie die das jetzt geregelt haben. Bin mal gespannt, wenn wir da... Warte, ich nehme die Fahne noch mit. Sechs von neun. Ich hol den schon ein. Flops. Ich bin ganz nah an den Platz. Piekst in den Po. Ja, ich wirst du es. Nein. Ich bin genau unter ihm. Jetzt vor ihm. Oh, bei mir ist die nicht eingesperrt. Ja, wunderbar. Dann zählt der Fortschritt auch dann für dich mit, ne? Na okay. Glaube ich zumindest. Werden wir jetzt sehen. Du kannst eigentlich hier warten. Stell dich mal... Oh nee, ich muss öffnen. Ja, warte. Bleib mal du hinten in der Ecke, weil wenn ich... Ich könnte rennen. Wieso ist denn der Bus mein Questgeber? Ist er jetzt hinter dir her? Er ist hinter dir her. Okay, dann gehe ich zum Questgeber. Und dann kannst du den für mich wegholen, dass ich den Käfig öffnen kann. Hä? Wo steht denn der Questgeber? Der ist... Ach, der steht jetzt hier oben irgendwo. Wir müssen sowieso nicht hier... Hä? Aber ich muss die noch gefreiten. Also das heißt, du kannst ihn für mich gleich weglocken. Äh, ja. Der Questgeber steht jetzt wohl ganz anders. Aber ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Sag mal, wenn er zurückkommt. Guck mal, ob ich jetzt hier irgendwie durchkomme, weil der müsste hier... Ich glaube, der kommt schon zurück wieder. Er ist nicht mehr hinter mir. Ich komme wieder zu dir. Also wir können dann hier die Wand hoch und können, glaube ich, zum Questgeber lau... Ja, okay. Also gleich kannst du den nicht weglocken. Ja. Wo bist du? Gleich da, Moment. Okay. Pass auf, ich zeig dir dann, wo du lang musst. Okay, dann fahr ich mir den Weg. Weil dann kannst du nämlich da warten. Und zwar, wenn du hier hoch gehst. Hier. Ja. Da steht er dann auf der anderen Seite. Dahinter ist ein Abgrund und dann müssen wir runterspringen. Genau. So, ich lock den jetzt weg und du kannst dann in Ruhe mit ihm... Okay. Ey, Penisgesicht. Komm mal her. Komm mal. Komm mal hier. Komm mal, komm. Komm mal mit. Komm mal mit. Gehst du Gassi mit ihm? Ach, ist das wieder... Nein, lauf. Dann kann ich die eine Fahne jetzt auch gleich nochmal mitnehmen. So, hab sie befreit. Ja, das interessiert den Dicken aber gerade hinter mir überhaupt nicht. Okay. Hätte das sein können. Das ist dem Schiete egal. Ich warte beim Abgrund auf dich. Ja. Wir spielen hier noch ein bisschen Räuber und Gendarm. Na okay. Dreht er jetzt ab? Dreht er jetzt ab? Dreht er jetzt ab? Ist er verspielt? Wellebombe macht er gerade. Oh, da ist er aber sehr verspielt. Okay, die Wellebombe. Jetzt dreht er ab. Okay, ich komme zurück. Okay, will er nicht mehr spielen. Eine Bombe zündet er. Du kannst dadurch, dass er geresettet ist, ruhig ihn überholen. Ja, aber ich muss ja jetzt die Fahne hier noch looten. Okay. Dann fehlen mir immer noch zwei Fahnen. So. Ich komme jetzt angesprungen. Okay. Hoffentlich muss ich euch jetzt wieder aggrozieher von dem. Keine Sorge. Auf der Distanz von dem Weg, wo du mir gezeigt hast, passiert. Guck jetzt aber dezent hier hin. Er weiß genau, dass wir hier rummeiern. Gut. Aber die Fahnen werde ich da unten nicht machen können, ne? Wenn wir jetzt zurück runterspringen, oder? Ist egal. Komm, wir geben jetzt erstmal die Questionen ab. Okay. Flups. Flups. Und flups. Und flups. Aha, aha. Ist das ein Lager hier? Oh, die sind freundlich. Ja. Und neue Queste. Ja. Oh, wer bist du denn, schicke Frau? Zweites Gerücht. Die Heksche. Abschließen. Die anderen Quests müssen wir bei dem anderen abgeben. Ja. Überprüfe das Buch der Aufzeichnung. Aha. Ja, warum nicht? Wo ist denn das Buch? So, Esian der Heiler. Und bei dem kann ich nicht annehmen. Rette die Gefangenen. Oh, oh. Ich bin ja nur nicht Stufe 63. Ich kann die nicht machen. Ja, gut. Äh, hier ist ja sonst keine Quest, ne? Nein. Oh, dieses Buch soll hier irgendwo sein? Dann, nein. Das ist das Haus. Gut, dann würde ich sagen, tendenziell, äh, versuch mal die anderen Quests jetzt mal abzugeben, beziehungsweise noch die zwei Fahnen für mich. Was? Wo bist du? Dann teleportieren wir uns. Ist einfach, dann bist du schon an deinen Fahnen. Ja? Mhm. Bist du da ganz sicher? Kann man sich da hin teleportieren? Ich gucke gerade. Ähm. Ja gut, wir können uns wieder zum Grand Canyon-Dings teleportieren. Ja. Oder wir laufen alles zurück. Nee, dann lass uns da zum Dorf teleportieren und dann nochmal eben da hinlaufen. Äh, in die Richtung. La, la, la. Und wir haben eine Tagesbelohnung, habe ich hier. Die machen wir nochmal eben auf. Erstmal kriegen wir hier das Siegel. Was ist denn das hier? Ja. Super. Dankeschön. Vergessene grüne Glückskiste. Und wir kriegen... 40 Schilone. 40 Elunes. Ja, schneller reiten geht leider nicht. Ich teleportiere mich. Können wir nicht fliegen gehen? Ey, vorne mountet er gleich öfter. Wir reiten jetzt gediegen. Sehr gediegen. Schnelles Reiten haben wir nicht geskillt. Da haben wir kein Gold für. Was? Das geht doch gar nicht. Ja, ich weiß. Wollte ja da draußen einem vom Pferd erzählen. Aha. Hier sind wir falsch, ne? Ach, Nina. Äh. Das sagt die Frau, die wir nicht mehr auf dem Schirm haben. Soll ich auf den Minimap sehen. Oder soll ich dich zu mir bespüren? Äh, ja, kannst du auch. Okay. Merkt er was? Die Misaki hat wieder Elune. Die haut jetzt hier wieder raus. Öh. Ich soll mir nach. Ja. Okay, ich glaube, wir mounten ab. Wir sind, glaube ich, wirklich zu Fuß schneller. Ja, es sei denn, wir laufen gegen den Baum. Oh, er kann sogar schwimmen. Diese Aktion ist unter Wasser nicht möglich. Was? Mussten wir eigentlich schon Krokodile töten? Das war schon mal was von gewesen. Ja. Oh, da ist mein Lieblingsmaunt. Ja, und der ist jetzt bös auf mich, weil ich das gesagt habe. Das stimmt mit dem nicht. Die olle Kröte. Na ja, müssen wir wieder durch den Tunnel, ne? Genau. Ja. Aber über dem Dorf müsste noch irgendwo eine schwebende Insel sein, ne? Aber ich glaube, da kommen wir nicht hoch, ne? Weil er zeigt da noch einen zweiten, äh, äh, Sportschrein an. Aber so einen kleinen. Aber da steht schwebende Insel. Okay. Oder weil wir ja hier so gut wie nicht fliegen können, denke ich mal, kommen wir da auch nicht hin. Ja, und wenn, würdest du gleich schwer werden. So. Nein. Lass mich in Ruhe. Ach, okay. Ups. Mach mal, flups. Verschmutzte Erde. Verlassener Gefechtsstand. Dann können wir hier auch gleich die Queste abgeben. Genau. Ja, aber erst mal die Fahnen. Mal hier. Oh, ich bin Stufe 63. Gratuliere. Also ich kann die eine Quest dann beim Lager da annehmen. Ja, dann mach das mal. Ach so, ja. Da hinten gebe ich auch noch ab. Ja, komm, dann geben wir die Queste jetzt auch ab. Vielleicht kriegen wir was Neues. Äh, ja. Äh, ja. Und... Ja, die Stufe 64. Das kann ich nicht annehmen. Ich auch noch nicht. Äh, sonst war hier auch nix, ne? So, eine Quest kann ich hier noch irgendwo abgeben. Wo denn? Wo ist er? Dann da hinten. Das stimmt. Oder? Ja. Bei Kroken. Der Bruder von Kraken. Hä? Ganz flacher Witz-Explorer. Ganz flach. So, fertig. Gut. Okay, dann muss ich jetzt die zwei Farben noch holen. Ich muss jetzt noch ein kleines Stück laufen. Das tut mir leid. Ups. Okay, das geht nicht. Aber die Queste geben jetzt gut Gold, ne? Zehn Gold haben wir. Ja, doch schön. Bist du schon losgelaufen? Ja, ja. Ah. So, jetzt sind wir hier. Hier war das mit den Gräbern. Und da oben. Wir müssen aber hier rum. Tag, Freunde. So, da hinten müsste jetzt die erste Fahne kommen. Da war aber so ein dicker, der stand die ganze Zeit immer dabei. Muss mal gucken, ob er so einfach drankommt. Ist der da? Solange der jetzt brav da stehen bleibt. Alles gut. So, Fahne Nummer 8 und Fahne Nummer 9 ist hin, irgendwo. Ich bin auch da. Juhu. War doch hier irgendwo, oder? Ja, da vorne kommst du. Sehr schön. Die Wachen werden wahrscheinlich was dagegen haben, oder nicht? Nein. So, und die können wir hier abschließen. Wunderbar. So. Dann müssen wir jetzt zurück wieder, ne? Zu dem... Ja. Ich hab einen Verkauf gemacht. Ich kann... Nee, wir müssen zu dem Trainingsplatz da oben, oder? Die Quest hast du doch jetzt. Das ist ja, stimmt. Zweites Gerüchtbuch der Aufzeichnung. Die müssen wir ja jetzt machen. Auf dem Weg haben wir, rette die Gefangenen. Die Quest kannst du ja jetzt annehmen, ne? Mit 64 oder so. Genau. Nein. Geh weg. Wenn die Würmer eigentlich arg rohnen, ne? Doch. Doch. Doch, doch, doch. Sind präsentiv. Alle die roten sind präsentiv. Spuck Gift um Galle. Lauf einfach so, wie ich es tue. Ja, ich sehe nur noch dein... 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 dein Wesen schämenhaft. Okay. Dein Name ploppt nochmal vereinzelt auf. Okay. Dann laufen wir am besten hier entlang. So. Dann laufen wir hier entlang. Hier entlang. Hier entlang. Hier, hier über den Schott. Dann wird es hier geportet. Dann. Dann. Ja, dann. 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 Dann geht's los. Aber porten am besten. So. Ja. Dann holt man nichts. Ich glaube, ich habe eine Libelle oder so. Kann sein. Du, was verfolgt mich. Ich höre irgendwie so... Gesabbel. Ja? Ne, es folgt dir. Okay. Oh, dann habe ich doch kurz was gestriffen. Müssen wir nicht schon wieder... Ah, da oben. Ja, Libelle ist böse auf dich. Dann machen wir die noch. Hier. So, wir müssen aber nochmal töten, um da hin zu gucken. Ja, warte hier. Kann ich noch eine Quest annehmen bei Kades? Aua! Das habe ich mit töten gemeint. Und sonst kann ich das annehmen. Hier ziehe eine Wache drauf. Was macht denn sowas? Da lässt sich noch sowas einfallen. Hier ziehe eine Wache drauf. Ab annehmen. Boah, ich nicht. Begleite Kite. Begleite Kite, okay. Oh je. Äh. Ähm, wohin? Ja, der bleibt hier stehen. Hier, die Wache muss man töten. Ah, zum Hohen? Oh, oder? Ich mache die Kresse mal eben. Ich bin fürchterweise mit dem Dicken, der da steht. Aber abhören. Wird die Folge ein bisschen länger. So. Äh. Ähm, was? Was? Okay. Trotz allem, es läuft mir kalt und rücken und... Achso. Hier wird angegriffen. Oh, der ist tot. Ach, wir müssen gucken, dass der nicht angegriffen wird. Ja, das ist, äh... Welcher steht denn da jetzt? Meiner oder deine? Ja, komm, wir machen das mal. Vielleicht zählt das für dich mit. Das braucht ja nur einer überleben. Ich muss schnell die Akku ziehen, wenn wir sehen, dass er auf einem Mob zuläuft. So, egal, jetzt läufst du weiter. Ja, lauf weiter. Ja, und jetzt? Das muss man auch, da kommt der skandierten Hinterhalt oder so. Fünf Fischer auf einmal oder sowas. Geh weiter. Wisst ihr, was habe ich dir gesagt? Ja, ja. Nicht reden Freunde. Action. Ja. Warum nicht? Warum? Lass doch noch einen Mob spawnen hier. Ne, die machen nichts. Oder doch. Ich bin ruhig. Ja, ich bin Explorer. Ich bin out. Okay. Fehlgeschlagen. Ernsthaft. Fest ist abgeworfen. Der kippt instant um. Okay. Wie willst du denn das regeln? Na ja, gehen wir mal zurück. Dann würde ich sagen, sind wir sowieso am Ende einer Folge. So, und wie dann aber zuerst zum Buch? Ja, ich würde auch sagen, machen wir erstmal die Quest dann mit dem Buch in der nächsten Folge. Und dann schauen wir weiter. Okay. Äh, alles andere. Also da müssen wir uns mal einfallen lassen. Der kippt ja nach einem Hit um. Bekade ist. Guti, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und danke für die Zuschauer. Wünschen dir da draußen noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem man die Folge siehst. Und sagen Tschüss. Bis demnächst. Bye-bye. Ciao, ciao. Tschüss.